hey und willkommen zu diesem neuen video ja heute werde ich mal das also heute werde ich zum allerletzten mal ein championat auf server 7 machen weil server 7 ist ja geschlossen und ja ich werde in naher zukunft server wechseln genaueres werde ich sehr wahrscheinlich noch sagen und ja aber keine sorge ich werde auf jeden fall auf server 7 zurückkommen wenn sie wieder offen sind aber ja momentan erstmal nicht und ja ich werde heute das golden hill championat machen und es sind halt extrem wenige und ich weiß nicht ob das irgendwie normal ist und es gibt nur eine gruppe 3 6 es ist das zwölf normal ich weiß gar nicht aber es gibt tatsächlich nur eine gruppe ich weiß nicht ob das für golden hills ob das jetzt da normal ist oder ob es eigentlich mehrere gruppen gibt aber wenn es mal loslegen aurora meinte dass ich erster werde also dass ich auf jeden fall gut in diesem championat bin ich habe ihr gesagt dass ich schlecht bin und wir werden jetzt einfach mal schauen wer von uns beiden recht hatte wer also ob ich jetzt das champion hat gut abschneiden werde oder nicht ich habe ihr gesagt dass es nicht stimmt und dabei dabei bleibe ich auch deswegen und ich habe gerade voll gefehlt das war jetzt echt schlecht deswegen werden wir jetzt einfach mal schauen ich bin echt gespannt wer recht hatte also momentan ist es so mittelmäßig weil wie gesagt ich bin so richtig schlecht in diesem championat und ich hasse es auch momentan ist es aber oh gott mittelmäßig shit oh mein gott es haben einfach alle gefällt oh mein gott ich hoffe es einfach nicht dass ich irgendwie so hart fehle dass ich irgendwie dann auch verliere nein ich hasse es ich hasse es ich hasse es ich hasse es nein das meinte ich aber zweiter platz geht noch okay ich bin so angespannt wir hoffen jetzt einfach okay ich glaube nicht dass ich die jetzt noch überholen werde aber zweiter platz ist in meinen verhältnissen sehr gut die leckt so ein aber momentan läuft es richtig gut für mich vielleicht überhole ich die auch noch was ich jetzt glaube ich nicht denke ich habe so schiss ich habe so herzrasen aber dadurch dass jetzt gefehlt habe aber das ärgert mich jetzt schon irgendwie so ein bisschen ist okay ich bin zweite das ist jetzt ein bisschen ärgerlich aber hey kein ding ich habe es tatsächlich im zweiten platz geschafft und somit habe ich auch meine wette verloren okay eigentlich haben wir nicht gewettet weil wir haben einfach nur geschrieben dass ich es schaffen werde also sie hat gemeint ich schaffe es ich würde es champion hat gut abschließen weil nicht so viele leute also teilnehmer hier sind und es stimmt halt einfach und ich habe ja gesagt dass ich überhaupt nicht gut abschließen werde und tatsächlich habe ich gut abgeschlossen ja aurora wenn du es sehen solltest ja du hast tatsächlich gewonnen und ja es ist aber so ärgerlich auf jeden fall herzlichen glückwunsch an anja eisleid ja zweiter platz habe ich es geschafft haben es eigentlich alle geschafft es haben einfach alle geschafft und es waren nur neun leute ich weiß echt nicht ob es normal ist aber neun leute aurora ist siebte ja moin auf jeden Fall glückwunsch an alle die teilgenommen haben und ja ja ich würde sagen wir schauen uns mal die schleife an ich weiß gar nicht ob ich in new hill quest ich glaube in new hill quest habe ich einmal den ersten platz geschafft aber ich weiß gar nicht ob ich den zweiten oder dritten mal hatte ich glaube aber schon aber wir schauen uns den jetzt einfach mal an ähm fragt einfach nicht okay so das ist die schleife ich will soll ich die jetzt raus holen komm wir holen die jetzt einfach mal raus und das hier ist die schleife ich finde die um ehrlich zu sein voll schön aber ich glaube das ist auch meine erste silberne schleife aber die ist so schön ich mag die ja ich würde einfach sagen das war es auch schon von diesem video ich hoffe es hat euch dennoch gefallen und ja würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao ciao